Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast Episode 29 mit dem Review für Derek Brunson vs. Kevin Holland und lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes, über die freue ich mich auch sehr oder natürlich auch ein Follow bei Spotify. Im Main Event hatten wir Kevin Holland vs. Derek Brunson und wir kannten ja bereits im Vorfeld die Umstände, sage ich mal. Das heißt Kevin Holland, einer der Lieblinge von UFC-Boss Dana White. Ich habe da in der letzten Episode ein bisschen drüber gesprochen, wie Kevin Holland sich vom Niemand quasi oder vom unscheinbaren UFC-Fighter zu einem, der Kämpfer des Jahres 2020 gebeamt hat, wie er zum neuen Liebling von UFC-Boss Dana White sich gebeamt hat und 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 klar, die Zeichen standen darauf, dass Kevin Holland diesen Kampf gewinnen soll. Big Mouth Kevin Holland hat in diesem Kampf auch Eindruck hinterlassen, aber nicht unbedingt den besten Eindruck, denn klar, er hat viel geredet und auch mit Khabib sogar geredet. Im Kampf hat von Khabib Tipps gefordert, zwecks Ringen, zwecks Wrestling, aber viel mehr war dann auch nicht zu sehen. Klar, in dieser zweiten Runde, da hatte Kevin Holland seine Szene, da dachte ich auch kurz, oh, der wird ihn gerade finishen oder Derrick Brunson wird hier gleich gefinisht, aber nichtsdestotrotz konnte Derrick Brunson diesen Sturm überwinden, hat das beinahe festgehalten von Kevin Holland und konnte dann das Ganze locker über die Zeit bringen. Kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen, da ist irgendwas schief gelaufen, auch zum Schluss. Kevin Holland schaut auf die Zeit, anstatt dass er versucht, da diesen Hail Mary Knockout noch zu landen oder was auch immer. Nein, er hat diesen Finish auch gar nicht mehr gesucht, er hat den Sieg irgendwann auch gar nicht mehr gesucht. Ich weiß nicht, ob er davon ausgegangen ist, dass er auf den Punktsetteln vorne lag, aber das war doch eine eindeutige Nummer. Am Ende des Tages war Derrick Brunson einfach der Bessere, vor allem am Boden. Immer wenn es brenzlig geworden ist, gingen die beiden zu Boden und am Boden. In den ersten Runden hatte Kevin Holland auch keine Antwort darauf. Erst gegen Schluss wurde er besser, aber dann war es leider schon zu spät. Dann hatten wir einen sehr, sehr geilen Knockout. Wir hatten Max Griffin, der hat Kenan Song ausgenockt. Das war das Co-Main-Event. Und ansonsten war es eine ganz, ganz solide Fight Night. War eine gute UFC-Fight Night. Ein paar Finishes, Decisions und Co. In den Way-Ins gab es einen kleinen Skandal, denn da ist eine Fighterin, zweimal durfte sie einwiegen und sie ist umgekippt. Sie ist zweimal umgekippt. Das Problem war dabei auch, dass kein Wasser in der Nähe war für diese Kämpferin. Und vor allem, wenn sie beim ersten Mal schon ohnmächtig wird bei den Way-Ins, wieso lässt man sie noch ein zweites Mal einwiegen? Sie ist umgefallen. Man hat ihr nicht geholfen. Sie hat kein Wasser oder sonst etwas bekommen. Klar, auf der anderen Seite wäre dann auch das Gewicht so oder so verpasst worden. Aber es geht um die Gesundheit der Athletin und der gesamten Athletin. Und ja, sie durfte sich kurz setzen, durfte wieder auf die Waage und ist dann wieder umgekippt. Da gibt es bei The Mag Live das Video dazu. Das heißt, wenn es euch interessiert, wie das Ganze ausgesehen hat, schaut dort auf jeden Fall vorbei. Ja, das war die UFC-Fight Night. Das größte Highlight war in meinen Augen, dass angekündigt worden ist, dass Wolkanowski vs. Ortega ausfällt. Alexander Wolkanowski wurde positiv auf Covid getestet und dementsprechend wird er nicht kämpfen. Wahnsinnig schade. Auch schade für Max Holloway, denn dazu komme ich aber in der nächsten Episode. Denn Dienstag gibt es meine Preview für Steepay vs. Nganu. Leider keine Preview für Ortega vs. Wolkanowski, auch wenn ich die gerne gemacht hätte. Aber ich würde sagen, warum das schade für Max Holloway ist und was ich über Steepay vs. Nganu denke, das gibt es in der kommenden Episode am Dienstag. Wie fandet ihr Derek Brunson vs. Kevin Holland? Hat euch Kevin Holland auch ein bisschen genervt? Schreibt es mir unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder folgt uns. We love MMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschau.